Hallo liebe Gäste, herzlich willkommen auf MS Deutschland und schön, dass Sie sich für unsere Kabinen interessieren. Ich bin hier in der Kabine 8002 auf dem Admiralsdeck der MS Deutschland. Sie können sich gerne in unserem 360 Grad Video umschauen und vielleicht sehen wir uns ja bald. Untertitelung des ZDF, 2020